Hi, ich bin Dagmar und heute wollen wir uns mal anschauen, wie wir das Partizip passé bilden. Das Partizip passé entspricht etwa dem deutschen Partizip perfekt oder auch bekannt als das Partizip 2. So würde beispielsweise das französische manger dem deutschen gegessen entsprechen oder fini dem deutschen beendet. Wollen wir uns mal nach und nach anschauen, wie man das Partizip passé bildet. Bei Verben auf ER verändert sich die Endung ER zu einem E-Axon-Tégü. So wird zum Beispiel aus dem Verb écouter hören, écouter mit einem E-Axon-Tégü, angehört. Du siehst also, dass sich das ER hier hinten zu einem E-Axon verändert hat. Genauso bei regarder, schauen oder anschauen. Das Ganze verändert sich zu regarder mit einem E-Axon-Tégü, geschaut oder angeschaut. Es gibt auch eine kleine Verbgruppe der Verben auf IR, die dann das Partizip passé verändern zu ERT. Dazu gehören zum Beispiel offrir, anbieten oder ouvrir, öffnen. Das Ganze wird dann bei offrir zu offer, mit ERT, geöffnet und ouvrir wird zu ouvert, geöffnet. Bei découvrir haben wir das Ganze natürlich ebenfalls mit den entsprechend abgeleiteten Verben, wie zum Beispiel découvrir, entdecken. Dann gibt es auch noch einige unregelmäßige Verben auf IR, die dann ihr Partizip passé auf einem U enden lassen. So wird zum Beispiel aus venir, venue, aus tenir wird tenue und aus courir, courue. Venir, kommen wird zu gekommen. Turnier, halten wird zu gehalten. Courir, rennen wird zu courue, gelaufen, gerannt. Verben, die auf OIR oder OIRE enden, bilden das Partizip passé ebenfalls mit einem U am Ende. So wird zum Beispiel aus dem Verb voir, sehen, gesehen einfach nur mit einem U. Oder aus voir, hier haben wir O-I-R-E, wird bü, aus trinken wird getrunken. Aus vouloir, wollen, wird voulu, gewollt. Bei Verben, die bereits auf V-O-I-R enden, dann wird der ganze Stamm von V-O-I-R verändert zu Ü, beziehungsweise mit U geschrieben. Aus savoir wird dann also direkt sü. Hier hast du also am Anfang nur noch deinen Anfangsbuchstaben und der Rest ist abgekürzt. Aus wissen wird dann also gewusst. Aus pouvoir, können, wird dann pü, gekonnt. Ebenso auch bei devoir, können oder müssen, das wird dann zu du. Achte bei devoir allerdings darauf, dass du das Dach nicht vergisst auf dem U. Bei Verben auf ER unterscheiden wir einige Gruppen bei der Bildung des Partizip passé. Beginnen wir mit den regelmäßigen Verben auf ER. Das sind die D-R-E-Verben. Diese verändern ihre Endung zu DU. So wird zum Beispiel aus attendre, warten, attendu, gewartet. Oder répondre, antworten, wird zu répondu, geantwortet. Verben auf ERN-DRE bilden das Partizip passé mit INT. So wird aus grandre, fürchten, krank mit INT. Verben auf I-R-E bilden das Partizip passé mit IT. So hast du zum Beispiel das Verb dir, das sich dann verändert zu die. Aus sagen wird gesagt. Bei den Verben auf E-R-E gibt es natürlich auch Ausnahmen. Dazu zählen beispielsweise LIR, lesen, das wird dann zu LÜ. RIR, lachen, wird zu RIE. Ebenso natürlich dann auch die Verben wie beispielsweise SOURIER wird dann zu SOURI. Und aus PLER, gefallen, wird dann PLÜ. Einige Verben bilden das Partizip passé auch auf IS. Dazu zählt beispielsweise das Verb METRE, Sätzen, Stellen, Legen, das wird dann zu MI. Oder prondre, nehmen, wird zu PRI. Bei prondre natürlich ebenfalls auch die davon abgeleiteten Verben wie comprendre oder apprendre. Dann wird das Ganze zu APRI. Es gibt natürlich auch einige unregelmäßige Formen. Dazu zählen beispielsweise être, sein, avoir, haben, faire, machen und pleuvoir, regnen. Aus être wird dann das Partizip passé été. Aus avoir wird das Partizip passé U. Achte auf die Aussprache, es ist nicht Ö, sondern es ist Ü. Und aus faire wird fait, aus pleuvoir wird plu. Dann schauen wir uns das Ganze zusammenfassend nochmal an. Aus Verben, die im Infinitiv, also in der Grundform, auf einem ER enden, wird E-Axon-TGU. Aus Verben mit der Endung IR kann I werden, ERT oder U, ausgesprochen Ü. Aus voir, voir oder voir mit E am Ende wird Ü. Bei Verben, die auf D-R-E enden, bilden wir das Partizip passé mit DU. Verben, die auf Indre enden, bilden das Partizip passé mit UN, sprich mit INT. Verben, die auf I-R-E enden, werden regelmäßig im Partizip passé zu IT. Ebenfalls haben wir gelernt, dass es einige gibt, die ihr Partizip passé auf IS enden lassen, wie beispielsweise Mettre, seltsen Stellen legen, oder Prondre. Bei den unregelmäßigen Formen sind die wichtigen beispielsweise Ätre, die dann ihr Partizip passé mit IT bilden. Aus avoir wird dann Ü. Aufpassen musst du natürlich auch bei der Angleichung der Partizip passés. Dazu kannst du dir gerne nochmal das entsprechende Video anschauen. Schön, dass du wieder dabei warst und bis zum nächsten Mal. Au revoir! Dieses Video wurde präsentiert vom Online-Lerncenter der Schülerhilfe. Viele weitere Videos, tausende Arbeitsblätter und vieles mehr findest du auf olc.schülerhilfe.de.